Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PALWELT. Wir räumen mal auf, ganz wichtig, aufräumen. Komplett aufräumen. Hier brauchen wir nicht alles mit uns rumschleppen. Schauen wir mal, dass wir uns da was schönes grillen. So ein Broscherie-Fleisch. Ein Ei haben wir können, machen wir so ein Lammball-Ding. Das Ei tue ich mal weg. Oh, diese Dinger da, die kann ich zu meinen Dingern tun. Da nehm ich schon welche. So. Haben wir die schon mal gestackt? Okay, da kann ich keine mitnehmen. Aber wir haben schon mal Metall-Bahn auf Vorrat. Das ist schon mal was. Die luxuriöse Quelle wollte ich mir mal anschauen, was ich dafür brauche. Also das ist das normale Fließband, ich weiß nicht für was. Ähm, luxuriöse Quelle ist genau. Palladium-Bruchstücke und Zement, 20 Stück. Okay. Etwas kalt, okay. Ähm, wo stelle ich den Zement her? Das ist jetzt das nächste. Ähm, Zement. Ach, da kann ich Schießpuffer erstellen. Ah, ich brauche nur zwei. Okay. Wir gehen aber schlafen. So. So. Ja, ich weiß schon, hier rennt da alle schon wieder rum, wie die blühen. Ich schaue mal zu meinem anderen Lager, wie es denen geht und ob die mal was zum Essen brauchen. Aber ich frage das auch nicht so. Dann können wir uns echt mal überlegen, wo eine schöne flache Stelle ist und wo wir das machen könnten. 10, okay, 4. Kann ich neue machen? 17. Ja, die scheinen ganz happy zu sein mit dem, was hier abgeht. 147, ich glaube, das reicht noch eine Weile. Okay. Dann bringen wir die mal kurz zu mir. Wir könnten ein paar Steine zerklopfen lassen für diese Pallbruchstücke. Ich glaube, Steine haben wir inzwischen nämlich auch ein paar. Oder? Ja, 125. Und wir haben Palladienbruchstücke. Cool. Ja, wir können nochmal so 10 machen. Habe ich auch noch Mehl? Cool. Okay, ihr habt hier wieder nichts mehr zu tun. Dann macht ihr mal 2 Brot und 30 Beeren. Okay, dann schaue ich mal, wo das hinkommt. Was könnten wir so Spannendes machen? Oben wird es halt echt heftig langsam. War ein schönes, flaches Stückchen, da wo wir ein wunderschönes Lager haben. War eigentlich hier so, oder? Schauen wir erst mal, ob hier die Bilder wieder da sind. Einfach so ein schönes, flaches Stück, wo einfach absolut gar nichts ist. Eigentlich ist es hier recht schön, oder? Hier könnten wir das machen. Okay, dann machen wir hier unsere Zuchtstation. Okay, nee, da ist nichts. Komm, wir machen das einfach hier. Da ist es flach und ja, Platz, hier geht's. Dann sammle ich mal kurz die Sache ein, die ich dafür brauche. Machen wir das hier. So, ein bisschen Palladiumbruchstöcke. Okay. Wenn wir einen Spock haben, könntest du halt immer noch ein Eisen abbauen. Okay, ähm, bauen. Okay, ich brauche noch ein bisschen Holz. Ähm. Ach, das geht nicht, weil dein Boss ist. Okay, dann gehen wir mal nach da unten, weil da ist sie auch nochmal so ein bisschen flach. Okay, da kann ich's machen. Okay, ich muss mal den Kreis beobachten, wann der von dir ein Felsen drunter ist, was wir blühen, wenn wir den Felsen noch mit drin haben. Okay, hier lehren wir jetzt der Felsen weg. Da oben wäre halt noch so ein bisschen felsig, aber das geht eigentlich. Dann machen wir das hier. So, schnell reisen. Gehen wir mal kurz in unser Lager, holen wir das Holz, Palladiumbruchstöcke und Steine, dass wir da was Schönes aufbauen können. Oh, das ist viel Holz. Oh, nicht so viel. Aber die Hälfte ist so. Okay, nein, ich wollte das nicht wegmachen. Ich wollte ein bisschen was abbauen davon. Und Palladiumbruchstöcke wollte ich noch mitnehmen, weil man die auch irgendwie für alles braucht. So, schnell reise, anderes Lager. So, wir brauchen... Podcasten, ja, aber wir brauchen vor allem dieses Ding, dieses Suchtding. Produktion, ist es nicht Pall? Ich habe es nur noch nicht freigeschaltet, denn das ist Suchtding. Dann schalten wir das mal kurz frei. Palpedia haben wir wieder ausentdeckt. Wir brauchen immer noch die Nummer 9, gell. Ähm... Ähm... Viehform. Ähm... Viehform. Hüpfel, nein, bla bla bla. Suchtform. Okay. Also, ich brauche einmal eine Viehform. Eine Zuchtform. Okay, und ich brauche vor allem Fasern. Dann stelle ich da noch kurz eine Kiste hin, weil dann kann ich da meine Sachen reintun. Ist nicht schlecht. Ja, eine normale. Das reicht aus. So. Dann tun wir das weg, das weg, das weg. Das weg. Dann holen wir uns mal kurz ganz viel Fasern. Ich glaube, davon haben wir eh genügend, dass wir die Kiste drauf und dann noch ein Problem rausbekommen. Deswegen können wir die, glaube ich, ohne Probleme mitnehmen. Ey, mein Zement ist endlich mal fertig. Rühre ich mal gleich weg, dass das mir einer mir wegnimmt. So. Fasern. Wenn ich Fasern wäre, wäre ich da nicht. Fasern, Fasern, Fasern. So. Schnellreise nach da unten. Können wir bald anfangen, hier alles zu züchten, zu paaren. Finde ich ganz gut. Ähm, das ist so. Und ich kann uns da gleich mal ein paar Helfer einstellen, damit die hier mit mir das alles aufbauen. Ähm, sortieren. Wer mag denn gerne aufbauen? Transport-Handwerk. Handwerk ist das. Was? Die Bruderschaft greift an, die Extremisten. Was geht denn jetzt ab? Ich habe hier nicht mal Leute drin. Wartet mal kurz. Ich brauche mal kurz sehr starke Piles. Ähm. Ich nehme einfach mal, was ich so finde, was stark aussieht in dem Moment. Und was hoffentlich nicht gleich stirbt. Äh. Was könnte stark sein? Ich weiß halt nicht, was das ist, was da angreift. Aber das hört sich ja jetzt schon krass an. Okay. Okay. Das sind, glaube ich, die Dinger, wo wir uns letztes Mal gekühlt haben. Äh. Wie viel sind denn das? Bruderschaft der Extremisten. Wollt ihr mich verarschen? Äh. Hey, was ist denn das? Komm, baue ich da ein Lager hin. Komm, hier 200 von den Typis und wollen mich killen. Okay, schwer verletzt sind die alle, kampfunfähig. Wollt ihr mich verarschen? Ich verpisse mich gleich aus dem Lager. Dann sollen die halt alles töten, was hier ist. Das ist mir eigentlich gerade egal. Komm mal weg. Und das sortieren kann man auch, Level sortieren, okay. Ähm. Ja, ich ruhe mich mal kurz. Hier greifen die ja zum Glück nicht an. Ja, die sind alle in Gefahr, das ist mir klar. Ihnen geht's auch gleich wieder allen denn gut. Ich muss mich nur kurz erholen. What the fuck? Jetzt steht immer noch Danger. Aber wenn ich jetzt hingehe, ist der selbe Müll wieder da. Okay. Ähm, Lagermanagement. Kann ich nicht nach Level sortieren? Nach Level. Sortieren. Ich hau die mal alle wieder raus. Hey, nur der ist eigentlich tot. Und hau mal die nach Level rein. Okay. Das Rentier und das andere Ding sind schwer verletzt. Das Rentier und... Was war das andere? Das da. Okay. Blündern jetzt schon die Leichen. Finde ich nämlich echt cool. Ähm. Ja. Alle Gegner zurückgeschlagen. Haben wir super gemacht. Ich hab keine Ahnung, was wir gemacht haben, aber wir haben irgendwas geschafft. Ähm. Suchtform. Okay, wir haben uns fehlt ein Holz. Machen wir jetzt erstmal die Viehform. Vielleicht einfach hier so. Vielleicht verletzt ihr. Ihr kriegt alle noch Betten. Das kommt noch. Ja, du kannst dir ruhig ein Päuschen gönnen. Ähm. Okay, ich hole glaube ich noch ein bisschen Holz. What the fuck? Ähm. Holz. Ich möchte nicht so viel mitnehmen, dass ich es mir tragen kann. Das geht jetzt so. Ähm. Zuchtform brauchen wir jetzt noch. Ist das ein Ding da jetzt gerade durchgelaufen und deswegen konnte ich es nicht bauen? Ja, Tatsache. Ähm. Okay. Dann brauche ich noch eine Brutmaschine. Dann brauche ich auch Stoff und ein antikes Bauteil. Okay, hole ich. Und wir könnten eigentlich kurz ein paar Betten irgendwo hinstellen. Weil ich bin mir sicher, dass ihr es braucht. Ähm. Gibt es eigentlich irgendeine platzsparendere Methode, die ganzen Betten hinzustellen? Ähm. Okay, ich hätte auf Y ja gleich drücken können. Oh Gott. Es kommen natürlich alle wieder her. So. Fertig. Da freut sich jemand. Okay, da kommt es an. Wie viele Betten haben wir? Sechs. So wenig passiert platziert. Okay, das müsste eigentlich reichen. Dann wollte ich jetzt schnell antike Bauteile. Steuerung. Kann ich nächstes Mal machen. Ähm. Antike Bauteile. Und. Ach ja. Muss ich herstellen. Stoff. Könnten wir auch einfach mal so. Zehen herstellen. So. Okay. Wir machen aber an dieser Stelle mal einen kurzen Cut. Und nächstes Mal geht es dann weiter. Bye. Palwelt. Bis dahin. Bye. Bye. Bis dahin. Bis dahin.